Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 76. Ich grüße euch meine Lieben da draußen. So, jetzt ist es so, ich habe mir mal die letzten Tage mal angeguckt, wie viele Leute eigentlich von Fallout 76 bei mir gucken. Und es sind nicht sehr, sehr viele. Und deswegen muss ich sagen, wir switchen auf Projekte, die mehr von euch geguckt werden. Und darum ist dieses Let's Play, dieses Short Let's Play, habe ich von vornherein gesagt, dass es nicht lang gehen wird an dieser Stelle, erst mal vorbei. Ich empfehle natürlich alle anderen Projekte, die auf dem Kanal gerade laufen. Zu dem Zeitpunkt, wo du das jetzt auch immer gucken magst, läuft ja noch sehr, sehr viel mehr hier. Also, lass es krachen. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem anderen Projekt, beim nächsten Projekt. Vielleicht spielen wir das auch mal im Scream, ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, wer weiß, was noch gekommen wird. Ich sage auf jeden Fall Tschüss. Bis dann, euer Zwerg auf Zwergtube. Ciao.